Das Landgut Schloss Michelfeld ist am Samstag mit der Vernissage dessen erster Kunstausstellung eröffnet worden. Nachdem im ehemaligen Stammsitz der Freiherren von Gemmingen-Hornberg von 1753 die letzten eineinhalb Dekaden ein Hotelrestaurant untergebracht gewesen war, wurde es seit dem Jahreswechsel zur dritten Event-Location der Heidelberger Vernissage-Mediengruppe umgestaltet. Genaueres verrieten deren Geschäftsführer gleich zu Beginn. Sie wissen vielleicht, dass drei Locations, der Zornadenbrück in Gutshof in Kooperation mit Hupen, dann in Heidelberg die alte Weinfabrik und nun hier. Und wir hoffen, dass es Ihnen gefällt. Es ist tatsächlich etwas kühler als vorher, das ist uns bewusst. Es soll aber auch die Kunst wirken. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, weshalb wir hier das alles in Weiß gehalten haben. Wir werden auch hier keine eigene Küche haben, sondern wir werden mit Caterern, wie man auf so Neudeutsch sagt, mit auswärtigen Köchen zusammenarbeiten. Da werden wir ganz stark mit Frau Lanzgesellner Petermann von der Heckerstube auch zusammenarbeiten. Und wir freuen uns, wenn es Ihnen gefällt und wenn Sie bald eine Familienfeier haben, dann können Sie gerne bei uns vorbeikommen. Wir versuchen alles möglich zu machen. Auch Bürgermeister Frank Werner gratulierte zum Einstand. Sie machen es richtig gut. Da bin ich jetzt schon überzeugt und ich freue mich, dass Sie bei uns sind, dass wir Sie hier haben. Alles Gute für die Zukunft. Viel Erfolg. Das galt natürlich auch für die künftige Kunstgalerie der Vernissage-Mediengruppe vor Ort, die neben dem ehemaligen Hotelrestaurant auch dessen angrenzende bisherige Kulturscheune einschließt. Aus dem Dutzend derzeit dort ausstellender Maler und Bildhauer haben wir zwei herausgegriffen. Mein Thema ist Geschwindigkeit, wie man auch sieht an den Bildern. Da kommen zum Beispiel jetzt, wie man hier sieht, die Rennwagen drin vor. Das ist ein Themenstrang. Ich benutze es symbolisch zum Thema Geschwindigkeit. Und ich übersetze es dann durch bestimmte Bildsymbole, wie zum Beispiel auch Räder oder Wasserströmungen, einfach um. Ich habe in New York an der Art Students League studiert und Großstadt ist für mich was Wunderbares, weil ich da sitzen kann und Menschen beobachten kann. Und sie zum Beispiel ist jemand, den ich gesehen habe. Ich dachte, sie sei vielleicht mal Tänzerin gewesen. Also ich mache mir immer eine Geschichte dazu, die Leute, was sie mal waren, was sie sind und so weiter. Den Initiatoren vom Landgut Schloss Michelfeld sei gewünscht, dass sie rasch ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben.